Hallo, wie geht's? Ich bin Frau Marwa, eure deutsche Lehrerin. Wir sprechen heute über die Jahreszeiten. Jahreszeiten. Was sind die Jahreszeiten auf Deutsch? Der Sommer. Der Winter. Noch einmal, wiederholen Sie bitte. Der Sommer. Der Winter. Der Frühling. Der Herbst. Noch einmal, wiederholen Sie bitte. Der Frühling. Der Herbst. Hier, wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter im Sommer? Im Sommer ist es heiß. Ist es heiß? Noch einmal, wie ist das Wetter im Sommer? Im Sommer ist es heiß. Wie ist das Wetter im Winter? Wie ist das Wetter im Winter? Im Winter ist es kalt und es regnet. Noch einmal, im Winter ist es kalt und es regnet. Wie ist das Wetter im Sommer ist es kalt und es regnet. Wie ist das Wetter im Sommer ist es kalt und es regnet. Wie ist das Wetter im Sommer ist es kalt und es regnet. Wie ist das Wetter im Sommer ist es kalt und es regnet. Hier haben wir eine Übung. Ergänzen Sie bitte. Nummer 1. Im ist es heiß. Welche Jahreszeit? Was ist die richtige Antwort? Ja, im Sommer ist es heiß. Nummer 2. Im ist es kalt. Welche Jahreszeit? Ja, was ist die richtige Antwort? Im Winter ist es kalt. Sehr gut. Nummer 3. Im ist es warm und die Sonne scheint. Ja, welche Jahreszeit? Sehr gut. Im Frühling. Im Frühling ist es warm und die Sonne scheint. Nummer 4. Im ist es windig. Welche Jahreszeit? Die richtige Antwort ist ja, im Herbst. Im Herbst ist es windig. Sehr gut. Danke und viel Erfolg.